Hey, Kratos! Es wäre schlimm, wenn wir das vergessen hätten. Du brauchst es? Ich hab es. Achtung, das wird äußerst beeindruckend. Geh zu, dass du nur wegen mir hier bist. Was ist denn Svordalfheim? Wir haben dort noch etwas zu erledigen. Wir müssen Dürlins fehlenden Hammer noch finden. Wir müssen Dürlins fehlenden Hammer noch finden. Geh voraus. Ich kam vorbei und habe eine Einherja-Patrouille ausgeschaltet. Das Gebiet sollte rein sein, wohl aber nicht der Rest der Stadt. Eine Einherja-Besatzung wirkt wohl so gut wie eine Ausgangssperre gegen zu volle Straßen. Vulgäre neue Texte für meine Balladen. Wirklich abscheulich. Jetzt wünschte ich, ich könnte mich an ein Paar erinnern. Ah, der Papierkrieg, den der Mann bereitet hat. Ich habe eine Truhe nur für seine Verstöße. Eine große! Ich habe ihm 20 Arten beigebracht, wie man eine Verstärkung kalt schmiedet. Einmal zeigte er mir eine etwas einfachere Methode fürs Drahtziehen. Und von da an nannte er mich seinen Lehrling. Er war ein echtes Arschloch. Ich werde ihn vermissen. Ey! Ihr seid da! Wir nehmen gleich Abschied. Ich bin schon vielen Leuten begegnet. Du bist einer der wenigen, die ich einen Freund nennen würde. Ich hielt dich immer für eins der dümmsten Wesen, das ich je kannte. Am Ende warst du auch das Mutigste. Ohne dich ist diese Welt ein dunklerer Ort. Wir bringen ihn zu den Swertsanden. Das ist, ähm, im Sumpf bei der Fähre. Wir warten da auf euch. Malen. Malen. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020